Hey, wir zeigen euch jetzt Frank Stein aus der Serie Roller Maze. Hättet's gar nicht gedacht. Aha. Gute Packung. Hier ist Frankie. Mhm. Hier sind kleine Rollschuhe. Ein kleiner. Der ist großartig. Nee. Äh, ne fast. Ein ist Frankie. Operetta. Frankie. Gulia und Laguna. Hier der Karte ist? Frankie. Das sind viele Franks bis jetzt. Ja. Hier sind Operetta. Frankie. Gulia und Laguna. Hey, Laguna ist mein Liebling. Echt? Hier ist Frankie mit ihrem blauen Helm. Sieht aus wie so ein Ei. Sieht aus wie so ein Ei. Sieht aus wie so ein Ei. Wird ihr eine normale Haarfarbe mit grünen Strähnen drin? Jo. Sieht ein, ich muss mal kurz reden. Gutes Kleid an. Ja. Auch alles wieder mit Neonfarben. Die komplette Serie steht noch aus Neonfarben. Blaue Knieschuhler. Dann auch an den beiden Narben. Ja. Blaue Rollschuhe. Ja. Mit bunten Rollen dran. Also grün und gelb. Ja. Und grüner Ständer ist dabei. Ja. Wie bei jeder. Ja. Und nochmal so zur Info. Die Rollermaze kosten alle die nur 20 Euro. Jo. Also die sind alles total billig. Ja. Ja okay. Das war's ne? Bis bald. Bis im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.